Moin zu neuen Folge Henkes Corner. Wir sind hier im wunderbaren Köln. Ist eigentlich Gewohnheitssache, das meiste wird hier in Köln gedreht. Mit dabei habe ich einen fantastischen, affengeilen Gast. Schaut hier der Kamerad nicht, Spaß. Rob ist mit am Start. Grüß dich Rob. Hello, hello. Ey, sehr, sehr geil, dass du Zeit hast, Bruder. Freut mich, dass du da bist. Ey, das muss ich sagen, so fühlt man das auch immer. Immer wenn man bei dir ist, dann weiß man, Rob freut sich wirklich. Ja, tue ich auch. Das ist so ein Ding von meiner Mom. Meine Mission ist es so, ein guter Gastgeber zu sein. Ey, du bist wirklich, Real Talk, immer der geilste Gastgeber. Das kann ich so sagen. Aber ich liebe das, das erfüllt mich. Ja, ne? Ich kann irgendwie wenig mit mir alleine anfangen. Ich brauche das so. Ist das so? Ja, voll. Ich muss immer irgendwas für jemanden machen. Das erfüllt mich am meisten. Aber bist du gerne auch alleine oder genießt es eigentlich immer, irgendjemanden um dich rum zu haben? Ich meine, du wohnst jetzt hier mit deiner Frau mittlerweile. Ich bin nicht gerne alleine. Also ich reise gerne alleine. Das tue ich schon. Das stelle ich mir auch geil vor. Aber so alleine zu Hause sein, Albtraum. Es ist teilweise so, dass ich abends einfach nicht weiß, wohin mit mir. Aber das ist jetzt schon ein zu deepes Thema. Ey, wir können dahin. Wenn du willst, es ist alles möglich in der Corner. Alles ganz entspannt. Wir können aber mal zu deinen Anfängen gehen. Du kommst aus Aachen. Ja, genau. Mama und Papa aus dem russischsprachigen Bereich. Genau. Sehr viel Einfluss da wahrscheinlich auch. Absolut. Komplett russisch aufgewachsen. Im Endeffekt, ja. Wir machen den Factcheck. Weil auf Wikipedia stand, Papa aus Russland. Ja. Mama aus Tatschikis. Genau. Boah, ey, guck mal. Richtig, richtig gut. Ey, weißt du wieso? Ich habe meinen eigenen Wikipedia-Artikel mal überarbeitet. Ehrlich? Ja, voll. Weil da war so viel Falsches drin. Wirklich? Da dachte ich so, okay, das macht ja gar keinen Sinn. Da hat Mike sich hingesetzt, ein Kumpel von mir, und hat wirklich mit mir zusammen einen Text geschrieben. Ja, wie geil. Einfach nur, damit da so wenigstens die Wahrheit drin steht. Ja, ja, ja. Da war so irgendwie so Usbekistan oder so. Okay, Bro, dann mache ich es wenigstens vernünftig. Geil. Ey, ich habe da aber auch mal bei mir gesehen, das fand ich erschreckend. Es war so ein Eintrag, es gibt StreamRant. Und das ist so für, speziell für Streamer irgendwie so eine Plattform gewesen, wo es so Wiki-Einträge gibt. Da steht auch viel Käse, aber ich dachte mir so, ja, eigentlich, also es ist so, eigentlich schon viel zu gut geschrieben. Dass ich dann dachte, das sind so Facts, die will ich eigentlich gar nicht korrigieren. Die sind so schön, so von wegen, ich hätte Abitur, habe ich gar nicht. Scheißegal, lass mal drin. Sag mal, ich wüsste auch nicht, wie man es da korrigiert. Es gibt auch noch so YouTube-Wiki, gibt es auch noch. Stimmt, stimmt. Da habe ich auch noch irgendwie einen Beitrag. Ich wusste auch nicht, dass das, also ich wusste, dass das irgendwie so korrigierbar ist. Ja. Aber ich wusste nicht, dass du einfach quasi sagen kannst, hey, das hier ist die Wahrheit. Und dann ist es so einen Tag später da. Ja, ich glaube, es gibt so Wikipedia-Nerds, die richtig krass Fact-Checken. So, und dann sofort, wenn irgendwie ein Beitrag geändert wurde, müssen rund um die Uhr immer irgendwelche Leute da am Start sein. Bei mir war einfach zu vieles falsch, ich wollte es einmal richtig darstellen. Ja, eben. Da war auch so Geburtstag falsch und sowas. Dann dachte ich so, komm. Und wenn jemand die beste Quelle dafür sein kann, über sich selbst, dann bist du das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nee, aber krass, das ist mein großes Ziel. Ich habe immer selber gesagt, mein großes Flex-Ziel ist, auf der Wikipedia-Seite von Lübeck unter Söhne und Töchter der Stadt zu stehen. Ist das bei dir bei Aachen so? Nein, gar nicht, Digga. Ich habe so gar kein Ego-Ziel im Leben. Ehrlich? Mir ist das alles so egal. Ja, okay. Ich glaube, ich will mich da auch von freisprechen. Aber das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, boah, Alter, das wäre geil, wenn es da stehen würde. Aber da spricht wieder der Norddeutsche aus dir, Digga. Wenn ich eins durch dich gelernt habe, ist, wie dieser ganze Norden funktioniert. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet. Ich bin ja Diplomat sozusagen. Absolut. Authentisch. Irgendwann geht es zurück. Nee, sehr, sehr geil. Also, deine Anfänge. Wir sind in Aachen. Ja. Boah, ich habe die Story schon echt auch erzählt. Ja, ja. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal, wo ich irgendwo mal zu Gast war, ist irgendwie dieselbe Begründung der Story. Aachen, ja, Russian Parents, Schule, Kameramann, Julien Bam, Abitur, Praktikum, Kommunikationsdesign. Tatsächlich das Gleiche, was ich auch gemacht habe. Ja, ja, ja. Aber abgebreakt? Ja, drittes Semester habe ich dann quasi Jobangebot bei Ju gehabt. Habe dort dann ein bisschen mich ausleben können. Geil. Und dann irgendwann ein eigenes Ding gestartet. Und jetzt, mein Rentner. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Mit Ju kam das ja durch Breakdance damals zusammen. Genau, genau. Aachen ist auch eine kleine Stadt. Ist nicht riesig, ne? Nein, gar nicht. Wie viele Einwohner in Aachen, weißt du das? Also, auf der einen Seite dann wiederum schon, ich glaube, 250.000. Ja, so Lübeck-Kurse, ja. Also, so Kreis Aachen gehört dazu. Ist halt eine Studentenstadt. Cool. Aber wenn du da aufwächst, dann kennt man gefühlt jeden. Ja, safe. Ich habe das genau mit Lübeck, genau der gleiche Scheiß. Das ist etwa genauso groß. Und an jeder Ecke kennst du eigentlich irgendjemanden. Und das Schlimme ist, ich war erst vor kurzem wieder da. Und das ist, speziell zu Weihnachten ist es krass. So werden alle wieder nach Hause kommen. Aber vor kurzem war es auch wieder, da waren wir in der Klementstraße. So eine einzig kleine Partystraße. Sonst ist der Laden tot. Da ist nicht viel los. Wir sind immer die ganzen Rentner, die auf ihren Lebensabend nochmal irgendwie in der Ostsee verbringen wollen. Aber Lübeck sonst dead. Komplett dead. Die hauen alle immer nach Hamburg ab. Auf jeden Fall, Klementstraße. Ey, ich schwöre dir, ich werde in Köln. Ich habe das Gefühl, in Köln haben die Leute damit akklimatisiert, dass die ganze Zeit hier nur so Internetleute rumlaufen. Hundertprozentig. Das finde ich irgendwie geil. Das ist ganz anders wie damals, wirklich. Aber das Internet ist auch anders als damals. Total, total, total. Aber du hast hier total deine, also was heißt Ruhe, also mir ist es egal, ob ich jetzt irgendwie angequatscht werde oder nicht. Aber dich quatscht hier wirklich niemand an. So, du lebst hier ganz normal. Was irgendwie cool ist, aber wenn ich zurück in Lübeck bin, ist es so. Muss man sich auch erst mal wieder sagen, hey, Digga, okay, hier kennen doch voll viele einen. Klar. Das ist mad crazy. Ne, so viele Leute verlassen oft nicht das Nest. Ne, eben. Und du bist so der eine und dann öffentlich, dann bekommt es irgendwie auch jeder mit und es ist ja auch spannend. Es ist ult, gerade wenn das so die Runde macht in so einer kleinen Stadt, wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein. Ich meine, als Drew so gepoppt ist, so und dann, du noch hinterher, Aachen ist irgendwie so eine Schmiede. Kommt Rezo nicht auch aus Aachen? Ja, Rezo ist jetzt nach Aachen gezogen. Ach so, der wohnt in Aachen. Genau, genau. Aber es kommt, ihr habt das Gefühl, es kommt irgendwie, es gibt so eine kleine Aachen-Bubble. Ja, es ist, aber die ist so, die ist so verstreut. Also ich glaube, da gibt es noch so ein, zwei TikToker, die jetzt auch von dort sind. Da habe ich auch nur so am Rande gehört. Cool Savasch kommt aus Aachen. Cool Savasch kommt aus Aachen? Ja. Ich dachte mal, der war aus Stuttgart. Oder da habe ich gerade Bullshit? Ich glaube schon. Doch, doch. Echt? Boah, hart. Digga, Savasch, was ist los? Spackcheck auf jeden Fall. Bruce Darnell kommt aus Aachen. Motrip kommt aus Aachen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ah, Motrip. Okay, okay, okay. Das sind so die Leute, die... Wie geil ist Bruce Darnell, Alter? Übelst du? Hast du den mal gesehen? Ja, voll. Hä? Ist der ultra geil? So, weißt du, Mama, so 15. Ja. Hab dann so irgendwie mal eine Folge Jeremy Snacks Topmodel gesehen. Ja, sehr, sehr, sehr. Und dann bist du so im Saturn und guckst so nach vorne so, hä, Bruce Darnell. Digga, aber Bruce, ich muss sagen, Bruce Darnell habe ich immer gefeiert. Ja, 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 Legende eigentlich. Eigentlich. Und ich habe mal so eine Reportage über den gesehen. Beziehungsweise so, kennst du Pierre M. Krause? Nee. Das ist so ein Moderator vom, ich glaube, SWR. Und der macht immer, der besucht immer so verschiedenste Leute. Der hat auch mal Varian besucht für eine Folge. Hat jetzt, glaube ich, eine Folge mit Nina Chuba gemacht. Da gab es eine Folge, da hat er, der besucht da einfach Prominente und interviewt die, so begleitet die, so für den Tag. So geht mit denen essen, so macht mit denen so die Aktivitäten. Kai Pflaume mäßig. Tatsächlich Kai Pflaume mäßig, aber ich hoffe, Kai sieht das nicht, wird er nicht sehen. Aber ein bisschen besser als Kai Pflaume. Okay, also das ist schon eine Ansage. Ja, ja. Ich finde, Kai macht was grandios. Ja, ich mag Kai auch sehr gerne. Ich mag Kai auch sehr gerne. Das ist cool. Aber Pierre M. Krause, der macht das irgendwie, das ist auch mal ein anderer Witz, aber die haben beide so einen Boomer-Humor. Vielleicht nehmen die sich auch gar nicht so viel. Vielleicht habe ich einfach einen besseren Bezug zu Krause. Auf jeden Fall macht er auch so immer, begleitet die so über den Tag. Und da gab es eine Folge, und das würde ich sagen, das tut er mit, die Beste. Die hat er mit Bruce D'Anell gemacht. Und da ist Bruce D'Anell wohnt jetzt seit geraumer Zeit wohl irgendwie knapp hinter der holländischen Grenze. Okay. Ey, der lebt absolutes Good Life. Der lebt richtig chillig, aber auch total minimalistisch. Ja. Übelst entspannt eingerichtet, richtig ruhig. Cool. Aber auch, ich sag mal, ein sehr, sehr spannender Charakter. Übelst entspannt. Ich glaube, der hat so eine richtig krasse Story. Also ich weiß viel zu wenig über ihn, aber ich kann mir vorstellen, der ist ja so richtig aus dieser Model-Welt-Urgestein. Der war ja Fallschirmjäger in der Army und so. So richtig abgefahren. Das passt so gar nicht mit dem. Aber da haben die so alte Bilder von ihm gezeigt. Wunderschöner Mann. Ja, ist er. Wunderschöner. Ey, kannst du nicht sagen, der sieht auch noch 60 oder was da jetzt sein. 100 Prozent auf so einen geraden Gang. Boah, Alter. Da hab ich nicht. Digga, guck mal, wie ich alleine hier wieder sitze. The same, Digga. Wie man alleine wieder sitze. Wirklich einfach nur schrecklich. So, dann ging's weiter. Du hast den ganzen YouTube-Kram gemacht. Ja, voll. So, das hat funktioniert. Das ist gelaufen. Ihr seid auch so kleine Algorithmus-Nerds gewesen. Ey. Ihr habt sich da richtig reingepummelt. Ey, ich hab das gelebt. Ja, ja, voll. Viel zu sehr gelebt. Also wirklich, es gibt diese... jegliche Art von YouTuber. Ja. Und ich war 100 Prozent drin. Ja, tatsächlich. Wenn ich nicht gedreht hab, dann saß ich so... Ich hab, glaub ich, wirklich hunderte Stunden im Analytics-Setup verbracht und wirklich analysiert. Und das war teilweise wirklich wie... Es hat sich so angefühlt, als hättest du so eine Studie durchgeführt oder geforscht. So, und, und, äh... Aber im Endeffekt hast du's ja. Ich hab's. Und ich hab's auch durchgespielt. Ja. Also, ich, ich... Das ist so ein weirdes Flex, aber ich hab's mal geschafft, glaub ich, drei Monate lang, mit so einem Upload die Woche, jedes Video Platz 1 trenns. In a row. Ich glaube, das waren so drei, vierhunderttausend Abos gefühlt, die ich gemacht hab. In kürzester Zeit. Aber das ist sowas, was ich nicht raffe, ey. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen... Vielleicht bin ich so ein bisschen zu pragmatisch für so Analytics-Zeug. Aber ich lade so hoch. Ich mach so, ja, schreib so ein paar Text rein. Ey, mittlerweile bin ich nicht hinterher so richtig, hundertprozentig alles zu verstehen und es auch umzusetzen, weil mittlerweile ist mir der Wachstum nicht mehr wichtig. Ja. Mittlerweile geht's mir nur darum, erfüllt zu sein in dem, was ich tue. Ey, man muss doch sagen, du sitzt auch in deinem Sessel, du hast ja wirklich was gerissen. Ich hatte meine Zeit und mach es jetzt in meinem Tempo. Mega, mega. Und damals war wirklich der Fokus Wachstum. Das heißt, du hast versucht, die Spielregeln zu verstehen und du hast völlig, egal ob es zu dir passt oder nicht, es angenommen und angewendet. Ihr habt auch komplett durchgeballert. Das war eine wilde Zeit. Also es war eine supergeile Zeit, aber ich bin zu alt dafür. Würdest du sagen? Ja, also ich würde das niemals in diesem Tempo schaffen, wie du es mit so einer Anfang-20-Jährigen hungrigen Energy machst. Warte, ich bin jetzt 27. Meinst du, da geht noch was? Na, natürlich. Und es ist immer machbar. Aber ich rede davon, sich aufzuopfern. Das machst du meistens in diesen Jahren. Du hast es ja auch schon in einem Video, gar nicht mal so lange Zeit her, hast du es ja auch mal thematisiert mit Überarbeiten, irgendwie die Gesundheit halten und würdest du sagen, jetzt im Nachhinein, safe wahrscheinlich, war dieser ganze Grind, den du damals gefahren hast, ist schon ungesund? Absolut. Definiere so oder so, was gesund im Leben ist. Also wie viel Arbeiten ist überhaupt gesund? Und wie gestaltest du deine Private Time auch? Und natürlich ist es für die Arbeit leben und dann nicht 100 Prozent. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das auch hinkriegen, so dieses den ganzen Tag arbeiten, aber dann auch noch so perfekte sechs Mahlzeiten und zwei Workouts. Die kriegen das hin. Hey, Digga, kriege ich jetzt nicht mal hin. Kriege ich jetzt nicht hin. Bei mir war es halt natürlich die Kombo aus so super viel Arbeiten und auf der anderen Seite halt so voll der Studenten-Lifestyle. Ja, ja, safe. So, es war, da war halt nichts mit so jeden Tag Sport, sondern, ey, das war eine verrückte Zeit. Das war wirklich so, wie kann ich es dir vorstellen? Das war so, es gab nur Arbeiten. Ja. Und du konntest aber alles andere mit Arbeiten rechtfertigen. Das heißt, es war so, okay, wir haben gearbeitet, aber wir müssen noch arbeiten. Ja, dann lass uns doch feiern und arbeiten gleichzeitig. Ja, ja, ja. Da haben wir so gesoffen und gearbeitet. So und auch so, so, ach. Auch so drüber. Einfach drüber. So, so, so. Voll unproduktiv. So, aber Hauptsache der Grind war da. Ja, safe, 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 safe. Wie, aber es ist dann ja auch eine sehr, einfach eine sehr prägende Phase. Würdest du sagen, du hast auf diesem Weg so Dinge verpasst oder liegen lassen? Nö, nö, nö. Zu der Zeit hatte ich Zeit, so. Ja. Das war, das war, das war halt so, eigentlich hätte ich in der Zeit studieren müssen, deswegen konnte ich das machen. Und ich habe trotzdem irgendwie geschafft, alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Meisterhaft. Auch sogar gar nicht die Familie vernachlässigt. Vielleicht mal weniger, mal mehr. Aber so, ich habe trotzdem immer so meine Aufgaben erfüllt. Ich bin, ich bin bei meinen Eltern zu Besuch, so. Ich hatte nie die Phase, wo ich mich so abgekapselt habe. Selbst auch alte Freunde, ich habe das alles sehr gut integriert bekommen. Geil, geil. Und na, dann so, ne, Freundin, Frau, heiraten, alles verändert sich so ein bisschen. Dann, dann hast du einfach auch nicht mehr diesen Turn, bis drei Uhr morgens zu husteln. Dann denkst du auch, ja, ist auch mal langsam. Muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht kommt wieder so eine Phase, so, und dann bin ich auf jeden Fall besser vorbereitet. Meinst du, Crispy Robson mit Mitte 40, er will es doch mal wissen. Ey, gute Frage. Irgendwas in mir schreit auf jeden Fall nach, nach so, nochmal so richtig groß Anlauf nehmen auf der YouTube-Laufbahn. Mach's nochmal, ja. So, aber, äh, dann muss das Team stimmen, um das richtige Team zu haben, muss das Geld stimmen. Dann, dann musst du, ne, so die richtige kleine Company haben. Das ist, das ist wieder Risiko und, und, und. Also, ich, ich muss sagen, das krasseste Learning so aus der Zeit war, wirklich so Mitarbeiter zu haben. Das war für mich heavy, oder? Das, das ist richtig heavy. Also, das, das hat, glaube ich, auch so, das war am anstrengendsten, nicht die Mitarbeiter, ganz im Gegenteil. Ich, über jeden, der, der auf meiner Reise dabei war, bin ich absolut glücklich und, äh, absolut dankbar und wir hatten eine geile Zeit. Aber es ist, äh, dieser, dieser finanzielle Druck, ähm, als alleinstehende Person in so einem kleinen Unternehmen, wo du so vier, fünf Mitarbeiter hast, irgendwie dafür zu sorgen, dass der Monat funktioniert. Auch mit der Verantwortung. Und mit der Verantwortung jedem sein Gehalt. So, das kannst du so, als, keine Ahnung, als Startup mit mehreren Leuten, du gründest und hast von Tag eins dieses Mindset, dann kriegt man das schon hin. Ja. So, aber ich hatte immer so das Gefühl, so, ich bin der Papa und muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Und, so, das, das macht schon mit dir was. Natürlich. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass, boah, jetzt, es soll keine Kritik sein, aber so, das System für so kleine Unternehmen, auch rein steuerlich gesehen, ist jetzt auch nicht so perfekt optimiert, dass man sagen kann, hey, in so einer Größe wirtschaftst du so optimal, dass du jedem super Gehalt zahlen kannst und das, was übrig bleibt am Ende des Jahres, reicht dir auch noch. Dafür, finde ich, ist die Steuer zu hoch, zu früh angesetzt, wenn du deinen Mitarbeitern einen vernünftigen Lohn zahlen möchtest. Bei Gott, es ist so. Und das war schon ein Struggle, so irgendwie doch da diese Verantwortung zu tragen, erst recht als jemand, der das jetzt nicht studiert hat, nicht gelernt hat, sondern aus dem Bauch heraus entschieden hat, so, hey, wir wollen noch geiler werden, lass uns ein Team gründen und das war das, du bist halt die ganze Zeit nur mit so einem Gefühl unterwegs gewesen, mache ich das gerade richtig oder nicht. Aber gab es auch so Phasen, wo es mal knapp wurde, wo du sagst, oh, fuck. Hey, absolut, absolut. Und das ist der Grund, wieso ich wahrscheinlich halt irgendwie nicht mein dickes eigenes Haus gekauft habe und abbezahlt habe, sondern ich war jetzt nicht der beste wirtschaftliche Typ. Du hast gelebt. Ich habe gelebt und mir war auch so, und da bin ich auch happy drum, egal, wenn es dann halt mal nicht klappt, so, also, wenn dann ein Monat, wenn quasi Mitarbeiter mehr kosten als Umsatz gemacht wird, so, dann, und das Sparnis da war, dann habe ich immer, bin ich ans das Sparnis gegangen und dann, best case, holt man es nachher wieder raus und wenn nicht, dann nicht, so, also, keine Ahnung, ich wollte nie irgendwie so eine Company gründen, wo die so rein geldorientiert ist, sondern eigentlich habe ich mir nur so eine Familie gebastelt, wo jeder an den Traum glaubt und jeder ein Stück vom Kuchen bekommen hat. Ja, aber das ist auch geil. Um, um gemeinsam eine geile Zeit zu haben. Das ist auch geil dann im Endeffekt, weil das ist vielleicht, das ist mir persönlich gerade über die letzte Zeit so, ähm, sau wichtig geworden, weil es ging eigentlich immer nur so von dem Ansatz, von der Pike auf, wie ich das so, mich so reingelernt habe, so dieses Social-Media-Ding, ist einfach viel arbeiten und möglichst schnell so die Schäfchen und Trocknen haben, weißt du. Aber im Endeffekt ist es eigentlich für mich eher so, oder ich will eigentlich, ich will eigentlich Shit machen, um irgendwie sich so eine Art, so, so Vermächtnis, das klingt so dumm, so, 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 so Vermächtnis-Legacy-mäßig was aufzubauen. Da ist vielleicht dieses, dieses Geld-Thema so eine total sekundäre Frage. Ich meine, Geld war nie so richtig mein, mein Drive, es war eigentlich immer nur aus Bock, aber es ist so der, irgendwie der coolste oder für mich eleganteste Weg irgendwie, oder ein schöner Side-Effekt, damit Geld verdienen zu können. Absolut. So mit dem, worauf man halt Bock hat, oder mit so einem, ey, kann man nicht sagen, ist ein cooler Beruf so, ist ein arschgeiler Beruf, aber auch, wenn ich, wenn ich jetzt so vergleiche mit, wie ich es von außen damals betrachtet habe und wie es jetzt, wo ich drin bin, sich anfühlt, ist halt, sind zwei total unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Ist es. Es ist ja total, es ist ja total anders. Du hast so eine rosa-rote Brille so von außen, denkst du, boah, alles geil, die machen nur geilen Scheiß, so, die machen so, die machen immer Party, so, und wir drehen Vlogs und so, bei denen ist alles geil, aber es ist halt nur gefühlt so 20 Prozent von dem, was eigentlich passiert. Es ist 20 Prozent. So, es ist halt so, es passiert Postproduktion, im Hintergrund muss irgendein Scheiß geplant werden, und das merke ich jetzt auch mit den Corner-Drehen. Ich meine, es ist gerade das einzige Format, was ich drehe. Ich muss mal gucken, weil Shorty arbeitet, ich arbeite noch nebenbei, und dann musst noch Termine mit den Gästen hinkriegen, und wir sind immer so, Oberkante, Unterlippe, Shorty, wann hast du Zeit, so, und dann sagt der Gast, weil, machen wir uns nichts vor, es ist bisher noch relativ entspannt geblieben, aber mit Content Creator zu plan ist die Hölle. Natürlich. Es ist die fucking Hölle, weil jeder ist so in seinem freien Mindset, was ja gut ist, was ja gerade richtig ist für diesen schon, ich sag mal, eher kreativ-künstlerischen Bereich, aber es ist so, in der Planung ist das ultra stressig, und ich verstehe jedes Mal, wenn eine Lena, die jetzt für Kevin zuständig ist, oder irgendwelche Social-Media-Menscher, wenn die teilweise einen absoluten Rappel kriegen, wenn die da ihre Leute da betreuen müssen, weil im Endeffekt, wir sagen es immer scherzhaft, aber das sind so Muttis und Fuddys einfach. Absolut. Es ist so, du musst einfach so einen Affenstall zusammenhalten, und ich habe da größten Respekt vor jedem, der diese Aufgabe angeht, wirklich so Künstler-Management zu machen, weil so Künstlertypen können ultra abfragen. Ja, aber das beschreibt es, es sind halt Künstler. Ja, durch und durch. Aber ich finde es cool. Ich vermisse den Begriff auch, Künstler. Also sage ich dir, wie es ist, dadurch, dass ich so viele Jahre schon am Start bin, wurdest du damals viel mehr appreciated für das, was du getan hast, als heutzutage, weil seitdem das Wort Influencer existiert, wirst du in dieselbe Schublade gepackt wie jede andere. Das ist sehr generalisierend. 100 Stunden Arbeit, eine Stunde Arbeit, selbe Schublade. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, weil ich hatte in der Folge mit Jody, hatten wir auch über diesen Begriff so ein bisschen geredet, und sie fand den Begriff sehr passend, und das klingt für mich auch plausibel, weil du beeinflusst die Leute jetzt nicht auf einem kommerziellen Weg oder auf einem kapitalistischen Weg, sondern mit positiven Dingen. So, was ich, ich sehe den Punkt, aber ich finde dieses Wort ist irgendwie so, ist es so ein wirtschaftliches Wort? Influencer? Ja, ja. Ja, absolut. Ich finde es so ein total wirtschaftliches Wort und ich finde es auch nicht schön. Ist es gar nicht. Künstler finde ich voll geil. Ich finde Content Creator geil. Content Creator finde ich perfekt. Ja, weil es ist du createst Content so. Ja, voll, voll, voll. Es ist gut, es ist einer dieser komischen Anglizismus, Neologismen, die irgendwie, jetzt auf die Welt gekommen sind, ist nicht mehr der Inhaltsersteller, so, was auch irgendwie scheiße klingen konnte. Content Creator klingt schon cool. Deswegen haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz guten Weg dafür gefunden. Aber du kannst es halt nicht generalisieren. Ich versuche es für mich so selbst, weil ich, darauf wollte ich hinaus, weil ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, das so ein bisschen zu vergleichen ist mit so Hunderassen, weißt du? Du kannst ja jetzt, du hast so Influencer als Überbegriff, wie Hund, so, aber Hund ist ja nicht Hund, weißt du? Ist ja so ein Chihuahua, aber auch irgendwie daneben so ein Bernardiner, weißt du? Und du kannst es jetzt, was jetzt besser oder schlechter ist, aber du kannst es nicht alles über einen Kampf stellen. Influencer sind ja grundsätzlich erstmal Leute, die sich im Internet präsentieren oder halt nicht präsentieren. Manche sind ja auch einfach anonym und machen irgendwelche Videos mit Bildern und Stockmaterial oder irgendeinem Kram. Aber du kannst diese Szene so schwer generalisieren, was aber dann viele, gerade aus der älteren Generation, ich verstehe es, warum sie es tun, weil sie vielleicht manchmal einfach nicht raffen. Aber du kannst es einfach überhaupt nicht so über einen Kampf stellen oder generalisieren, weil es der ganze Sache gar nicht gerecht wird. Dieser ganze Markt, dieser ganze Bereich, Content Creation, Influencer Marketing etc. pp. ist so riesig geworden. Unglaublich. Ist so riesig geworden. Unglaublich. Dafür, dass es so ein junges Business ist. Es ist so unglaublich groß geworden. Es ist insane. Ich meine, wann sind die ersten amerikanischen YouTube-Kanäle? YouTube wurde gegründet? 2006. Circa. Nach Adam Riesel verzerrt. Ey, das ist nicht viel Zeit. Das, als ich die ersten YouTube-Videos hochgeladen habe, war Instagram gar kein Thema. Also ich hatte zwar einen Kanal, aber es gab noch keine Instagramer. Das verrückt. Und, also wie kannst du dir eine Welt ohne, allein wenn du jetzt denkst, wie viele Millionen Leute Instagramer sind, weißt du, und irgendwie so, keine Ahnung, von Nische bis irgendwie Bikinibär bis das und dies. Das alles, was so vollkommener Alltag ist, hat vor, lass mich nicht lügen, vor zehn Jahren noch nicht existiert. Nein, vor zehn Jahren, es ist so, vor zehn Jahren war Instagram, da ging es los. Mach ein Foto, du bist in der Schule, leg einen fertigen Filter rüber, wie so ein Fototagebuch. Mehr war es nicht. Ja, genau, 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 genau. Und das ist so absurd geworden, oder so riesig geworden, wenn ich dann auch irgendwie meine Eltern sehe, die dann so Instagram benutzen. Same. So voll Instagram, wie sind deine Eltern so internetmäßig aufgestellt? Ey, ähm, ja eigentlich ganz gut. Also die schauen halt alle meine Videos so. Geil, ja, meine Eltern machen auf. Also wirklich, safe call, support, so. Ähm, ich, ich merke, wie Hochkant-Content bei denen gerade so richtig anläuft. Bro, cool. Und ich, ich merke auch so, äh, die, die ersten so kleinen Kontrollverluste so. So, ich, ich laufe so am Klo vorbei. Und mein Dad so, swipe, swipe. Man hört so irgendwie so. Checkt so ein bisschen die Reals. So, ist so fünf Minuten zu lange drin, weil, weil es ihn bannt so. Also es ist schon verrückt, wie, wie, wie es da auch angekommen ist. Und, und auch, ne, so, die, ich finde, was ich krass finde, bei, bei meinen Eltern, ist, wie viel mehr die Content teilen. Weil, weil ich teile Content mit, mit meiner Zuschauerschaft, klar. Ja, ja. So, aber die sind so richtig so, ich kriege jeden Tag von meinem Dad ein Reel geschickt. Wirklich? Ja, weil der irgendwas Witziges sieht und es mir schickt. Und er schickt das ja auch seinen Freunden. Also generell ist dieses, dieses, guck mal, ich lache darüber, du wirst auch darüber lachen, ist da viel mehr, habe ich das Gefühl. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe dann nie mehr Gedanken darüber gemacht, aber jetzt, wo ich so auch auf meine Eltern so ein bisschen, ich sag mal, äh, lege, safe, safe. Aber, also meine Eltern schicken mir nichts, weil die wissen, ich finde es meistens nicht witzig und ich bin genervt davon. So, und ich kriege schon, oder ich, oder ich, ich sage dann immer schon, einfach so als so, 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 äh, prophylaktisch, habe ich schon mal so, boah, ich kriege immer so viel Scheiß, so, ey, Freunde, ich seh, ich seh das nicht immer so. Ich schicke immer aus Prinzip ein Lachsmiley zu, ob ich jetzt wirklich gelacht habe oder nicht, einfach so, ich verstehe den Gag. Ja, ja, check, 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 aber es sind meistens, es ist eigentlich immer, es ist so ganz klassisch und witzig, dass das, dass das bei denen halt so, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, aber bei uns immer Tiervideos. Tiervideos? Immer Tiere. Nee, mein Dad ist so richtig Fan von Stand-up-Comedy. Ehrlich? Ja, und, und egal was, er schickt mir Ausschnitte von, von russischen Leuten bis deutschen, bis übersetzten Sachen. Der selber ist aber auch so ein, äh, ganz viel meiner Art habe ich vor meinem Dad, weil mein Dad ist so ein, der ist so ein natürlicher, witziger Typ. Ja, geil. So, und, 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 und der ist auch so ein Typ, der, der lernt Witze auswendig, weißt du? Und dann, und dann haut der so am Abend, wenn du einen Abend mit meinem Dad verbringst, erzählt dir der so mindestens drei Witze. Ja. Und einer davon ist auch so ein bisschen drüber, weißt du? Ja, 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 ja. Aber so, der ist genau sein Humor. Aber so auf dem drüber, dass du sagst so, ja gut, dass du es hier erzählst, aber ey, geh damit nicht raus, geh damit nicht auf die Bühne. Oder der erzählt den dann so leise zu Ende. Ja, Digga. Genau, genau so. Nee, aber so, so kenne ich das auch, aber es gibt auch, auf WhatsApp, das habe ich immer erlebt, auf WhatsApp ist das auch so ein Ding, kennst du diese Schlumpf-Videos? Ey. So, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und so ein Scheiß. Ja, Ostern-Scheiß. Ich habe da auch mal mit Kevin drüber gequatscht. Das ist genau, ich habe das Gefühl, jedes Kind in Deutschland macht das durch, aber ich frage mich da, ob das so ein Deutschland-Phänomen ist oder ob die das auch in anderen Ländern so machen. Ey, das ist, ich, hundertprozentig. Ich, ich, die Sache ist, das, was du gerade meintest, ich kriege das halt quasi auf Russisch zugeschickt. Oh, ach so. Genau, genau. Also vom Schlumpf-Video bis zu frohe Ostern, frohe Weihnachten, bla bla bla, mit so hässlichen Photoshop-Sachen. Oh nein. Äh, ich glaube, das ist ein internationales Ding. Spricht ihr zu Hause eher Russisch oder Deutsch? Ja, ja, ja. Aber ist es so ein, weil das habe ich immer erlebt bei so, bei so Freunden, die so, ich sage mal, ausländische Roots haben. Wechselt ihr auch manchmal, wenn euch das, das nächste russische Wort nicht einfällt und so ein Switch dann die Sprache? Es ist, es ist ein Freestyle mittlerweile. Das finde ich, das finde ich so geil, weil, bei meinem einen Kumpel Murat, ich weiß nicht, ob du den mal kennengelernt hast, Marken-Murat? Weiß ich nicht. Weiß ich, bei dem ist es immer, wenn er mit seinem Vater telefoniert, das ist immer so auf Türkisch und dann reden die irgendwas und dann auf einmal so, Steuererklärung. So, dann wechseln die wieder so auf Deutsch, es ist richtig geil. Du, du könntest meine Telefonate mit meinem Vater zu hundert Prozent verstehen, auch wenn du nur jedes vierte Wort verstehst. Ja, geil. Also die Quintessenz kriege ich von raus. Absolut, absolut. Absolut, also, absolut. Hart, hart, hart. Also, wie war das, war es für dich irgendwie komisch, dass du zu Hause immer Russisch gesprochen hast mit deinen Eltern und dann in der Schule war es so deutsch oder war es so, musstest du auch mal für deine Eltern irgendwie übersetzen oder war das immer nie ein Problem? Boah, nö, komisch war das nicht. Das ist so, die Sache ist, ich habe halt zuerst Russisch gelernt und weil meine Mom hatte eigentlich einen genialen Plan, die dachte, okay, ich bringe ihm zuerst Russisch bei. Und wenn er in den Kindergarten geht, lernt er schon Deutsch. Ist auch so, oder? Dann kann er es wenigstens, aber es hat perfekt geklappt. Ja, safe. Das würde ich mir auch denken. Ich bin in den Kindergarten gekommen und wusste so irgendwie Toilette und Klo und da und Essen und eine Woche später war es irgendwie schon drin. Aber als Kind lernt man auch einfach schnell. Übel. I guess. Und dementsprechend easy, also zu Hause einfach Russisch gequatscht. Und war dann in der Schule auch irgendwie nie ein Problem. Nö, nö, nö. Vielleicht wäre mein Deutsch jetzt ein bisschen besser. Oder ich finde, ey, ich schwöre, ich kenne viele Deutsche, die wirklich deutlich beschissener reden. Schreiben ist nicht die größte Stärke von mir. Nee, 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 nee. Aber gut, wir alle haben Schwächen und Stärken. Ja, ist so, ist so, ist so, ist so. Völlig fein, völlig fein. So, wie geht's weiter? Wir haben dann irgendwann den Moment erreicht, okay, Crispy Rob macht Kochbücher. Ja. Voll geil. Ja, ja, ja. Du hast zwei Kochbücher, habe ich jetzt. Ja, genau. Wenn ich es nicht gelesen habe, eins kam 2018 raus, eins 2019. Genau. Ich gehe mal von aus, auch erfolgreich. So, und dann folgte schon, was eigentlich, der Name hat es hergegeben. Ja. Und es musste passieren, die, wie ich sie liebevoll nenne, die Crispy Rob's Kartoffelschitz. Die Crispy Rob's. Wie kam die Idee dazu, zu sagen, hey, ich bringe selber ein Produkt auf den Markt, bei so einer, ich sag mal, bei so einem hart umkämpften Markt wie der Lebensmittelindustrie? Ey, das ist, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt habe ich mich immer ausprobiert. Ja. Also, in dieser gesamten Welt. Und habe auch versucht zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Ja. Und was für Wege es da alles gibt. Und wir kennen jetzt, sag ich mal, den traditionellen Weg des Merchandisings. Irgendwie so coole Klamotten machen. Bücher gibt es, eigene, keine Ahnung, Spielzeuge, was auch immer. Es gibt so einen Rahmen an Produkten, die einfach abgekloppert werden müssen. Und ich war immer auf der Suche nach, was könnte ich machen, was so wirklich so voll mein Ding wird und wo ich mir was noch wirklich eigenes parallel zu aufbauen kann. Ja. So, und das war halt ein riesen Findungsprozess. Ich habe auch mal die ersten Hoodies verkauft irgendwie als dann. Aber das finde ich auch fein. Ja, absolut, absolut. Aber in diesem Prozess habe ich dann so gemerkt, es ist nichts für mich. Ja. Ich irgendwie so Retouren bekomme, das neue Design zu machen, irgendwie einzukaufen, zu verkaufen, bla, bla, bla. Also in diesem Rahmen war es einfach nicht meins. Ja. Und ich wollte nicht im Klamottengeschäft einsteigen. Ja. So Kochbücher, mein Content war halt sehr lange sehr kochbezogen. Genau. Das hat halt perfekt gepasst. Das war eine supergeile Erfahrung. Stellte sich nur raus, dass ich halt echt kein geborener Autor bin. Also ich habe irgendwann realisiert so, nee, ich mag es nicht zu schreiben. Ja. Ich mag es zu kochen, ja. Ich mag es zu essen, aber das ist nichts, wo ich mir vorstellen könnte, ich höre morgen mit YouTube auf und dann mache ich das für immer. Ja. So und die Reise ging weiter. Und irgendwie war mir dann so relativ klar, ich will, Einzelhandel klingt interessant und es passiert jetzt gerade was. Ja. Jetzt gerade, ich merke, das Thema Internetpersönlichkeiten und Einzelhandel hat eine Schnittstelle gefunden. Total. So, es war plötzlich so der erste Eisdee. Ja. Und dann war der zweite Eisdee. An dem Punkt, wo auch, witzigerweise, Musik, also das ist ja relativ parallel passiert. Ich meine, Musiker gab es ja schon immer irgendwie, Stars gab es schon immer irgendwie, Stars, die auch Produkte vertrieben haben. Reden wir jetzt nicht von Alben, das wäre der normale Output, sondern auch Merchandise, Merchandise, Klamotten auf Touren, irgendwelche Merchandise-Artikel und dann ist es ja so, ist es ja so geflippt und dann wusstest du, ey, klar, das hat sich immer so mit Absicht so künstlich distanziert, wie jetzt beispielsweise die Rapper das gemacht haben, nee, wir wollen mit den ganzen Influencer nichts zu tun haben, aber die haben dann auch gedacht, ey, eigentlich, es bringt uns eigentlich doch was, uns mit denen so ein bisschen zu verbrüdern. Hundertprozentig. Und ey, wenn wir es heute, jeder Star ist automatisch auch irgendwie ein Influencer. Hundertprozentig. Da gab es, wenn man so will, gab es Influencer schon immer, es gab nur keinen Begriff dafür, es waren einfach Stars. So, und jetzt hast du aber Leute, die eigentlich aus der normalen Mitte des Lebens kommen, eigenen Content produzieren, eigene Inhalte produzieren und sich von dieser Abhängigkeit der Industrie, wie beispielsweise Fernsehen, Musik, Radio. Labels. Total Labels, total abkapseln können und alles so free produzieren. Man guckt dir die letzten Künstler an, die so krass gepoppt sind, da hängen keine großen Labels dran. Das ist alles self-made durch Spotify oder was? Genau. Wahrscheinlich haben die Labels immer noch einen Einfluss. Bei gewissen Leuten schon, aber prinzipiell hat sich aus einem geschlossenen Sender ein komplett offener Sender entwickelt. Genau, richtig. Auf dem jeder quasi spielen darf. Ja. Und das ist erstmal eine geile Entwicklung. Absolut. Aber auch eine interessante Entwicklung in dem Punkt, dass man halt sagen kann, okay, Rapper sind auch Influencer und dann kommt ein Kapital Braum in die Ecke und haut seinen eigenen Eistee raus. Ja. Shisha-Tabak, auch voll das Ding geworden. Ja, das war, das war, aber das war schon vorher, glaube ich. Aber ich glaube, es hat schon wieder abgenommen. Ja, ja, absolut. Das waren, glaube ich, so die ersten, so wie Merchandise, so Online-Vertriebsweg-Produkte. Ja, genau. Da konntest du gut online verkaufen wahrscheinlich. Und dann, 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 eins sagt sieben, ist auch voll da mit dabei, so. Ja, auf jeden Fall war halt genau irgendwie so dieses, dieses Getränke-Thema. Ja. So, und, und ich saß schon die ganze Zeit dran, irgendwie ein Produkt zu finden und war mir überlegen und hatte dann halt zufälligerweise den richtigen Partner getroffen. Und, äh, da war eigentlich relativ schnell klar, dass, dass es, äh, die Kartoffelchips werden. Aber es hat auch, jetzt passt der auf die Arsch im Eimer. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber es gab ein, ich weiß, ich weiß, vielleicht habe ich es irgendwo mal erzählt, aber sonst erzähle ich es nochmal. Ja, erzähl, erzähl. Also, äh, ich hatte eine Idee vorher, eigentlich wollte ich einen eigenen Sandwich-Maker haben. Das, das war, das war die, so ein Ticken vor den Chips. Okay, okay. Aber ganz ehrlich, da, ähm, war, war der Vertriebsweg mir zu merkwürdig. So, da kommst du quasi nicht drum herum, Richtung China zu gehen. Ja. So, und dann, dann hast du da irgendwie ein paar von den Dinger produziert, weißt du da so nicht, was da im Background läuft und, dann dachte ich mir so, will ich die Verantwortung tragen für so viele Leute, die irgendwie ihre Hand in der Nähe der Steckdose bewegen. Mhm. Und als ich mir dachte so, nee, irgendwie traue ich das gar nicht so vielen Leuten zu, das wird so, weißt du, irgendein dummer Zufall mit der Steckdose. Und dann dachte ich so, nee, 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 das ist mir irgendwie so, weg von der Steckdose. Ja, verstehe ich vollkommen, Elektrogeräte, halten wir uns komplett raus, nehmen wir einfach ein Produkt, machst die Tüte auf und greifst wieder Hand rein. Ja, was ich liebe, was Authentisches, was passt, der fucking Crispy Rob so. Es war nur eine Frage der Zeit. Ja, voll, voll, voll. Und, und, ähm, da bin ich wirklich den, den, äh, echten harten Weg gegangen. Was, was bedeutet der echte harte Weg? Du, du hast in dieser Welt der Influencer-Produkte, sag ich mal so, zwei Wege. Ja. Du, du hast den Vertriebsweg von einem bereits bestehenden Unternehmen, das heißt, äh, Unternehmen X, äh, fragt dich an, ob du dein eigenes Produkt mit denen rausbringen willst, aber unter Eigenem Namen. Unter eigenem Namen, aber hinter dem Unternehmen. Also wir reden jetzt beispielsweise kurz um was abzuhören, nicht von so Collaborations, wo man irgendwie sagt so, äh, Crispy Rob X. Nee, nee, wir reden quasi davon, dass das im Endeffekt, äh, Unternehmen X, ein neues Getränk eh rausbringen wollen würde, aber sagt, hey, komm, wir, wir verkoppeln Influencer und, und Getränk oder Produkt zusammen. Und machen eine Untermarke. Und machen quasi eine Untermarke. Mit einem neuen Namen, ja. Genau. Und der Influencer dient als reines Marketing-Tool. Mhm. So, und, und das ist ein akzeptabler Weg und der ist, der ist möglich, aber, äh, dein, deine eigene Firma würde ich jetzt dann nicht bezeichnen. Nein, 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 nein. So, und, und das war mir wichtig zu sagen, so, ich, ich will ein eigenes Produkt und mit eigenem Produkt meine ich eigenem Produkt. Total. Und ich gehe, ich gehe den verdammten Weg, wie theoretisch jeder gehen müsste. Also das alles, das man sagen kann, es gehört alles dir. Alles. Ja. Und, und, und mit den richtigen Leuten habe ich ein Unternehmen gegründet, bin etliche Messen abgefahren, bis wir den richtigen Produzenten gefunden haben, haben mit dem ein exklusives, originelles Produkt erschaffen, was, was auch keiner kopieren darf auf diese Art und Weise. Alles angemeldet, alles offiziell. Dann geschafft zu, an Kaufland zu pitchen. Ultra komplizierter Weg bis dahin, oder? So oder so. Wie lange hat das, weißt du, etwa in den Rahmen? So ein bis eineinhalb Jahre, bis, 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 bis wir so ready waren. Aber dann auch richtig. Und dann war es halt nur ein Testrun, ne? Dann kriegst du eine Chance. Ja. Und diese Chance musst du, also die musst du schaffen. Und dann, dann kriegst du noch eine zweite Chance. Und die musst du auch meistern. Dann kriegst du eine dritte Chance. Die musst du meistern. Und dann kannst du dich hinsetzen und quatschen, wie es weitergeht. Und dann merkst du, mir fehlen völlig die Leute. Ich brauche jetzt Vertriebler, Außendienstler, Leute im Marketing. Und dann steckst du dein ganzes Leben in diese Firma. Und das ist das, was ich die letzten drei Jahre im Endeffekt getan habe. Ist es was, wo du sagen würdest, du hast es ein bisschen unterschätzt? Absolut. Nicht nur ein bisschen. Wirklich komplett. Aber die Sache ist halt so, mir war halt einfach nicht bewusst, wie das, sag ich mal, ist, wenn du eine normale Firma hast und keine Influencer-Firma. Nee, eben. Das ist ja so ein bisschen entartet dann in deiner Weise. Mein Alltag ist so klar und ist so content-orientiert und da redet keiner rein. Da mache ich so. Aber im Einzelhandel, das ist ja eine ganz andere Welt. Total, total. Viele Leute, riesige Ketten an Menschen, die du konstant überzeugen musst, sehr viele Probleme lösen. Also nicht im negativen Sinne. Aber das ist, wenn du ein Unternehmen hast, was ist die Hauptarbeit? Dinge effizienter zu machen. Dinge, die dazukommen, wenn man wächst, irgendwie schlau anzupassen. Wirtschaftlich einfach optimieren. Es ist wirklich ein echter Job. Und das war mir irgendwie nicht so ganz klar. Also mir war nicht klar, dass ich so ein bisschen meine Freiheit abgebe, weil ich auf der einen Seite konstant alles zu jeder Zeit machen kann, wie ich will. Und auf der anderen Seite, ich jetzt in irgendeiner Art und Weise der Rob-Geschäftsführer von einem Chips-Unternehmen bin, der irgendwie auch so zu 9-to-5-Arbeitszeiten erreichbar sein muss. Weil das ist nun mal die Zeit, in der gearbeitet wird. Eben. Und das halt irgendwie auch immer. So, dementsprechend, das ist, das ist, das ist, ja, wie so ein, ich habe mir einfach einen zweiten Full-Time-Job dazugeholt in der echten Welt. Ohne eigentlich eins zu wollen. Ja, ohne es klar geplant zu haben. Aber egal, ich liebe es. Ich bin da voll aufgegangen. Ich dachte irgendwie am Anfang so, klar, ich werde alles outsourcen und nur Marketing machen und Produktentwicklung. Aber nein, ich will ja alles wissen, was in der Company passiert und zu allem auch meine Meinung haben. Und mitdenken, mitarbeiten können. Und das ist halt einfach ein Job. Und wie groß ist das mittlerweile? Also, damit man so einen Rahmen hat, wie viele, kann man sagen, wie viele Mitarbeiter das hast du gemacht? Ja, es ist, es ist. Oder ist es so, weil ihr einen Produzenten habt, das ist ja so ein Kooperationsding wahrscheinlich. Nein, so, 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 mit Werkstudenten zusammengerechnet acht, glaube ich. Ja, also die jetzt, die jetzt rein nur so. Robs-orientiert arbeiten. Robs-orientiert arbeiten. Und dann in der Produktion hat dann die, der Kooperationspartner wahrscheinlich, also der Produzent, hat dann seine eigenen Mitarbeiter. Natürlich, natürlich. Hätsel großartig und reinrechnet. Aber alleine an Robs ist ein achtköpfiges Team dran. Ja, ja. Das ist auch schon krass. Ja, absolut. Wer übernimmt dann so Außendienstler-Geschichten? Macht ihr das auch oder macht das der Produzent? Wir machen das. Ja. Wobei ich sagen muss, wenn jetzt aus unternehmerischer Sicht, ist das der Posten, der bei uns sehr dringend fehlt. Oh, okay. Also wir sind noch, also wir sind dabei, einen Außendienstlein der Zukunft anzustellen. Die brauchen wir, weil eben vieles im Einzelhandel noch sehr klassisch läuft. Also klar kannst du über Präsentationen, Calls und, und, und was erreichen. Und wir arbeiten auch sehr viel auf Messen. Aber du kommst halt nicht drum herum, wie es alle großen Marken machen. Und halt einfach eine Region zu nehmen, vorbeizufahren im Einzelhandel, nachzuschauen, steht das Produkt, da steht es nicht. Den Chef zu fragen, hey, hast du von uns gehört? Probier mal das und dies, die Story erzählen. Du kannst hier im System bestellen. Das wissen die teilweise nicht. Das ist ja so eine riesige Welt. Du kannst die Robs im Rewe kaufen. Zwar nicht in jeder Filiale, ist nochmal anders aufgebaut als im Kaufland. Kaufland arbeitet über ein Zentrallager. Aber theoretisch können die Rewe-Filialen das Produkt bestellen. Das heißt, es gäbe den Weg, dass das in deiner Lieblings-Rewe-Filiale die Robs sind. Aber dafür muss der Filialbesitzer wissen, dass er diese überhaupt bestellen kann im System. Ja, aber das ist ja ein riesiges System. Und deswegen gibt es den Job Außendienstler. Ja. So, um halt genau einfach an diesen Ecken anzuknüpfen. Weil das brauchst du als Marke, um zu wachsen. Natürlich. Du musst quasi am Ort sein. Also du musst zugänglich sein für den Kunden, damit du auch erst vernünftiges Marketing machen kannst. Und das heißt, es ist immer so bei uns auch ein bisschen problematisch, so Marketing abzustimmen an den verfügbaren Orten. Genau. Und das hängt ja dementsprechend auch so miteinander zusammen, weil ich glaube, das ist ein Trugschluss, den viele haben. Nicht jede Rewe-Filiale, wenn du jetzt beispielsweise eine Rewe-Filiale in Flensburg nimmst, ist ja nicht genauso wie eine Rewe-Filiale irgendwie in Nürnberg. Nee, gar nicht. Das ist ja total anders. Erstmal, weil es regional total unterschiedliche Einzugsgebiete sind. Auch Produkte, die dort angenommen werden oder nicht angenommen werden. Und auch komplett unterschiedliche Zielgruppen. Eben. Und total individuelle auch Marktführung. Du hast ja beispielsweise, wenn du hier jetzt in Köln guckst, da hast du ja auch verschiedene, da seht ihr immer daran, da steht dann irgendwie, nehmen wir, weil es gerade das einfachste ist, zum Beispiel das Rewe. Und da steht da so ein Nachname dran. Es sind immer unterschiedliche Rewe-Filialen, die laufen alle unter dem Namen Rewe, aber es sind eigentlich unterschiedliche Unternehmen, die unter dem Rewe-Konzern sozusagen laufen. Und die laufen alle individuell, die haben alle so ein bisschen ihren eigenen Style oder ihren eigenen Weg. Aber man muss diese einzelnen Filialen sozusagen komplett abgreifen, damit man dieses Netz spannen kann und sagen kann, okay, wir kriegen das wirklich komplett raus. Weil es ist jetzt nicht so, dass du halt sagst, hey, yo, Mr. Rewe, ich habe jetzt Chips, bring das mal in deine Läden. Und der Rewe-Mann sagt, ja, komm, wir verteilen es mal durchs ganze Land. Es ist halt viel, viel aufwendiger. Ich meine, es ist der Einzelhandel. Das ist ja eine riesige Branche. Da stecken so viele verschiedene Jobs dahinter. Wie gesagt, vom Außendienstler bis zur Marketingabteilung, bis zum Psychologen, der irgendwie Kundenverhalten analysiert, bis zur Produktion, bis zur was auch immer. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein großer Unterschied, als wenn irgendwie jetzt, sagen wir mal, Ferrero sagt, okay, die bringen nur das Produkt raus. Dann ist es safe wahrscheinlich nicht drin. Aber die haben auch nochmal ganz andere Ressourcen. Die haben nochmal viel mehr Außendienstler. Die haben bereits bestehende Vertriebswege kreiert. Genau. Und die haben, warte, was wollte ich sagen, Triebswege kreiert. Und die haben halt schon Verträge mit dem Einzelhandel. Ja. So. Ja. Und dann ist natürlich klar, okay, da geht es sofort raus. Im Gegensatz zu einer, sagen wir mal jetzt, jungen Company wie Crispy Robs das ist. Oder Robschips. Robs. Robs, nur Robs, ne? Ja. Wie Robs das ist. Dass du total neue Kundenakquise machen musst. Absolut, absolut. Aber es ist interessant, es macht Spaß. Aber da haben viele, ich glaube, das ist gerade in dem Punkt interessant, weil viele einfach überhaupt gar nicht den Einblick haben. Also wie viel Aufwand da hätte ich... Ich sag's dir, wie es ist, 90% unterschätzen das. Total, total. Ja, die denken halt so, der muss nur eine Story machen und das war's. Ja, eben, am Arsch. Ich stehe selber an meinen eigenen Messeständen. Wahrscheinlich hattest du sogar noch das große, also beziehungsweise das Glück, als du diesen kleinen Vorteil, dass du angefangen hast, aber du hattest schon so eine gewisse Reichweite. Natürlich. Das hat dir safe in die Karten gespielt, aber nichtsdestotrotz musstest du den ganzen Scheißweg trotzdem mitgeben. Absolut. Also für den Anfang, sag ich mal, konnte ich so ein paar Treppen überspringen. So, aber ich musste mich trotzdem beweisen. Mhm. Ich musste mich vielleicht nur nicht einkaufen. Das ist der Punkt. Aber es ist dafür, auf der anderen Seite, sag ich mal, werden auf meiner Seite keine Fehler verziehen. Ich hab's vielleicht irgendwo ein bisschen einfacher gehabt, aber an vielen Stellen auch wieder schwieriger. Ja, weil man vielleicht, weil man dich auch irgendwie unterschätzt als jemand, der so quer einsteigt in so ein Produkt. Diese Welt ist so groß und jeder hat seine Vorurteile und jeder hat sein eigenes Bild, wie er Dinge sieht. So, und der eine mag nun mal Twitch, der andere nicht. Der andere findet Influencer cool, der andere nicht. Ja. So, und du musst einfach irgendwie deinen Platz in dem Ganzen finden und versuchen, glücklich zu sein und irgendwie erfüllt zu sein mit dem, was du tust. Am besten dann noch im Balance, dann auch noch gesund sein, viel Sport machen und dann wird das schon. Richtig schöne Message. Ja. Was auch eine schöne Message ist und zwar kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsteil, Rob, weil wir haben schon ordentlich Zeit jetzt durch. Ähm, das ist das finale Segment. Ich nenne es liebevoll, das Kornerbuch. Mhm. Mhm. Du wirst wahrscheinlich, du wirst ja ein Condisseur, du weißt ja schon, was etwa abgeht. Das Kornerbuch, wer zum ersten Mal hört, sieht oder schaut, ähm, das Kornerbuch ist ein Freundebuch von allen, die sich in der Henkes Corner mal, äh, ich sag mal, einen Namen gemacht haben, die zu Gast waren. Und dann gehen wir ein paar Fragen durch, wunderbarerweise. Also, fangen wir an, Name? Robert. Robert. Der Robert. Robert. Das ist arschgeil. Ja. Robert. Es gibt doch bei Russischen, in Russland gibt es ja immer so Abkürzungen für Namen. Ja, Verniedlichung. Was ist es bei Robert? Robik. Ehrlich? Ja. Robik. Soll ich das in den Spitznamen einfragen? Nee, Spitznamen ist Rob. Rob. Und so nennst du mich am besten. Wenn du angesprochen wirst, was sollen die Leute sagen? Rob. Rob. Rob ist gut, ne? Wann hast du Geburtstag? 2.9.1993. 93? Warte mal. Ich werde in zwei Monaten, drei Monaten, 30. Du bist, oh, du bist slightly älter als mein Bruder tatsächlich. Voll verrückt, ey. Ähm, das ist, warte mal, das ist September, was ist das für ein Sternzeit? Lass mich kurz überlegen. Mhm. 2. September. 2. September? Oh, das ist dann noch ein altes Sternzeit vielleicht. Nee, warte mal. Das könnte, wäre ich ja keine Ahnung. Jungfrau. Jo, ist das Jungfrau? Ja, ja, ja. Jungfrau. Weißt du, bist du in so Sternzeichen-Dingern drin? Ach, ich lese mir immer wieder gerne durch. Ich fühle das, glaube ich. Immer so, hm, ja, ja, aber ich, also, ne, ich hab da jetzt keine... Dein Aszendent. Nee, bin da, so weit bin ich nicht. Zu doll. Ja, so weit bin ich nicht. Streichen wir, egal. Aber wie jeder möchte. So, wenn Crispy Rob sich mal ein Getränk greift, egal ob alkoholisch oder non-alkoholisch und das, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich weiß, du bist ein Feinschmecker. Oh, ganz, ich sag's dir, wie es ist, Sprudelwasser ist Leben. Ich liebe Sprudelwasser. Nein, das kann man nicht. Ich liebe Sprudelwasser. Weißt du, ich hab jetzt von... Ich bin so ein richtiger Sprudeltrinker. Jetzt ist es wirklich, jetzt ist es die Wasserantwort? Es ist, es ist Sprudel. Also, ich kann ohne Sprudel nicht leben. Nicht in Deutschland. Irgendwie im Ausland stört's mich nicht, wenn ich dort kein Sprudelwasser bekomme. Ehrlich? Aber zu Hause will ich mein Mineral-Sprudeliges Wasser haben. Digga, mich stresst Kohlensäure komplett. Nee, gar nicht. Wirklich? Ich liebe eine kalte Flasche Sprudelwasser, einfach 10 von 10. Ich hab, ich hab, ich bin, ich sag dir ehrlich, ich bin ein bisschen, ich hab jetzt voll sowas Krasses erwartet von so Crispy Rob, der das irgendwie gesagt hat. Also hier, TK-Erdbeeren, Minze, Sprudelwasser. So! Sommergetürt. Aber das ist doch schon wieder eine Variation. Natürlich, natürlich, das macht man auch so. Aber grundsätzlich Sprudelwasser. Das Sprudelwasser, okay, dann nehmen wir das Sprudelwasser. Ähm, dann haben wir hier noch, das weiß keiner über mich. Gibt es einen, einen Random-Fact über Crispy Rob, den keiner weiß? Boah. Ja, jetzt hab ich, ich, also, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ähm. Ich meine, du bist schon lange dabei, du hast wahrscheinlich schon viel erzählt, ne? Okay, ich, 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 guck mal, ganz ehrlich, ich kann's, ich, Leute, die mir folgen, denken sich's eh schon. Ja. Aber vielleicht wird der Rob dies ja noch ein bisschen boxen. Oh! Das ist ein Fakt, den ich wusste. Vielleicht irgendwoher. Okay, spannend, 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 spannend. Du bist voll im Training, ne? Ich bin voll im Training. Aber ich lieb's. Ich hab, ich hab einen geilen Sport. Du hast hier voll so einen Gym aufgebaut. Ja, so ein kleines. Ganz, ganz günstig selbst zusammengebastelt. Alles cool. Macht mir Spaß, der Sport ist geil. Dann gibt's da einen, gibt's da einen auf dem Deckel. Das ist der, das ist der Secret Fact. Ähm, das war eine Situation, die mir unangenehm war. Boah, davon gab's viele. Klar, übers Leben verteilt. Vielleicht eine, die so mit dem Öffentlichkeitsding so ein bisschen zusammenhängt, wo du sagst, so, boah, Alter, es ist doch peinlich, dass mir das da passiert ist. Irgendwie mal, dass du irgendwann auf so einem Event warst, auf einer Bühne oder so, oder das ist ja irgendwie. Ja, so, das erste Mal roter Teppich, wenn man, wenn man noch nicht so, wenn man, das waren auch die Zeiten, so, du warst halt so irgendwie einer von 1.500, 2.000 YouTubern, die existieren in Deutschland wahrscheinlich. Und dann, dann musst du so über einen roten Teppich und du checkst so null, wieso du es jetzt so plötzlich musst, weißt du, und so plötzlich so relevant bist. Das war, ich finde, roten Teppich immer grausam. Ja, so schätze ich dich auch ein. Ich bin eh kein Mensch, der so voll den krassen Drang hat, irgendwie sich zu präsentieren. Ja, check, check, also so wie ich dich immer kennengelernt habe, ist es so, es ist jetzt, wenn es sein muss, dann muss es sein, aber wenn es sich vermeiden lässt, ist es auch in Ordnung. Absolut. Ja, ja, safe, safe. Rote Teppiche sind oft cringe. Ja, für dich komplett, aber es ist, was ich mal interessant fand, du hattest mal ein Video gemacht mit Casper. Ja. Glaube ich. Und Materia zusammen. Materia, das warst du das, wo die ihr Album quasi rausgebracht haben? Die haben ein neues Album rausgebracht und das war die Jahre, wo diese Schnittstelle mit Content-Creatern und Musikern kam. Wo es halt einfach Sinn macht, mit jemandem, der Millionen von Leuten im Monat erreicht mit Videos, vielleicht mal reinzuholen, ein paar Sandwiches zu machen und dann die Download-Verkaufszahlen vielleicht ankurbeln. Aber es ist witzig eigentlich, dass dann so diese Überschneidung kommt. Wer war so, kennst du sagen, wo du sagst in Deutschland, okay, ey, das ist ein Promi, so der Erste, wo du gemerkt hast, okay, der verfolgt ein bisschen mein Kram oder der kennt zumindest das, was ich mache. Gab es da jemanden, der so mal irgendwie geslidet ist und gesagt hat, ey, ich finde das cool, was du machst oder ich kenne dich? Das ist schon so lange her, aber es gab bestimmt einige, ich erinnere mich gerade nur nicht dran, aber allein, dass die Jungs Lust hatten, was zu machen, das war auch schon einer der Peak-Momente. Safe, safe. Und die waren wirklich cool. Die hätte ich voll gerne, eines Tages, es wird vielleicht mal passieren, eines Tages hätte die Gamma hier in der Corner. Die waren super nett. Ich war mega aufgeregt, aber die waren super nett. Die waren richtig nett. Glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Zeit war, wo du mit Drew gearbeitet hast, aber ja, Drew hat doch früher auch mal so einzeln mit Lena Meyer-Landrut und sowas. Ja, 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 ja. Das war eine coole Zeit. Das war auch so, weißt du, du hast so drittes Semester Kommunikationsdesign-Spiegel und morgen chillst du so einen ganzen Tag mit Lena Meyer-Landrut. Und dann, an dem Tag, wo du sie kennenlernst, nimmt ihr noch einen Song auf, in dem sie sagt so, es ist Rob, Crispy Rob. Aber hat sie das dann gesagt? Und ich komme durch die Tür und sage, remember my name. Ja, wie. Weißt du, so, das musst du dir vorstellen, so vorgestern war ich doch so der Studenten-Bub so. Ja, geil. Und dann am nächsten Tag war ich so, Feature mit Lena Meyer, weißt du. Ich habe das jetzt tatsächlich auf die Schnelle gar nicht mehr angeguckt. Ich wusste nur, dass das passiert ist. Das war, wie geil. Das war, das war schon eine geile Möglichkeit durch Du natürlich. Voll cool war das, voll cool war das. Mega, Alter. Lena Meyer-Landrut. Shoutouts an der Stelle. Ja, voll. Safe. So, dann haben wir als nächstes, das hasse ich. Boah. Was hasst Crispy Rob? Das ist jetzt richtig scheiße. Crispy Rob hasst Sülze. Das ist so von allen Essen. Das sieht auch heulig aus, Digga. Komplett, komplett. Wenn ich mir selber so untreu bin in meinen Versprechen, wenn ich so sage, ich stehe morgen um neun auf und dann so nicht um neun aufstehe, dann hasse ich mich schon sehr. Wenn man seine eigenen Prinzipien so ein bisschen verkackt. Ja, also ich hasse mich in manchen Momenten dann einfach selbst. Ja, verstehe ich. Aber ich habe so ne ganz witzige Lektion. Ich versuche seit einer Woche, das ist ein random Zufall, gar nicht mehr mit ich hasse an die ganze Welt ranzugehen. Weißt du wieso? Weil ich habe immer gesagt, ich hasse Brottrunk. Brottrunk ist so ein DM-Getränk. Hab ich gesehen, vor kurzem ist ein Thema geworden bei dir. Was ist daraus passiert, dass ich selber manifestiert habe? Ich war beim Arzt und der hat mir verschrieben, Brottrunk zu trinken. Und das hittet nur so stark, weil ich diesem Ganzen so viel Raum in meinem Leben gebe. Ja, ja, ja. Deswegen habe ich mir wirklich letzte Woche gesagt, ich sage nie wieder, ich hasse. Ach, krass. Ey, aber es ist weniger Hate auf der Welt, es ist gut. Ja, voll. Es ist gut, weniger hassen. Einfach vielleicht was nicht mögen. Der Brottrunk wäre halb so schlimm. Hätte ich den vertäufelt. Safe, safe. 100%. Das mag ich. Was mag Crispy Raub richtig gerne? Was ist Crispy Raub richtig, richtig geil? Ich mag Freunde, ich mag Liebe, ich mag Harmonie, ich mag Gemeinschaft, ich mag besondere Momente, ich mag Kochen, ich mag gemeinsam. Henkes Corner. Auch Henkes Corner? Ja, klar. Ich zähle mich unter Freunde jetzt einfach. Ja, natürlich. Ja, ja, geil. Affengeil. Und dann wären wir wieder bei einem Hassthema. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Gibt es eine Beleidigung, die du gerne... Weißt du, was das Geile ist? Ich freue mich übel drauf. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut, wenn wir diese Folge machen. Und das kommt, weil du nie... Du sagst irgendwie nie Schimpfwörter. Und jetzt will ich einfach mal hören, wie Crispy überhaupt eine richtig fette Beleidigung rausknallt. Boah. Wir können sie auch piepen. Warte, ich muss jetzt ganz natürlich in meinen Kopf reingehen, was würde ich sagen... Boah, ich bin voll langweilig. Ich habe mich gerade gefragt, wieso würde ich beleidigen? Ich stoße mir den Zeh. Und dann wäre es Fuck. Also, Fuck ist wirklich dann doch schon so im Wortschatz leider. Fuck habe ich aber auch. Es ist so simpel und er ist auch, weißt du, nicht mehr so böse. Das Wort wurde einfach über Jahre bearbeitet. Es gehört zum Slang. Okay, kleines Gedankenspiel. Du gehst ein bisschen durch die Gegend. Sowieso schon ein schlechter Tag. Falsches Bein aufgestanden. Es regnet. Brot trunk getrunken. Läuft so rum. Und es kommt so ein Typ, der hat sowieso schon so ein unsympathisches Gesicht. Und out of nowhere tritt er dir so mit voller Absicht gegen Schienbein. Ja. Was sagst du? Oder was denkst du dir? Was denkst du dir? Sagen weiß ich das. Du würdest eh sagen so, oh ja. Aber du würdest ihn nicht direkt beleidigen. Dafür bist du zu nett. Ja. Aber was würdest du dir denken? Was soll die Scheiße? Ganz ehrlich. Vielleicht damals hätte ich noch irgendwie mehr reagiert. Gott. Du bist der Friede in sich. Ja, danke. Das ist geil. Das war ein bisschen Training auf jeden Fall. Ja, safe, 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 safe. Dann als nächste Frage haben wir hier. Das ist die vorletzte, wenn ich jetzt nicht komplett... Ne, die vorvorletzte. Das würde ich machen, beruflich wichtig. Nova hat es ein bisschen abgedriftet das letzte Mal. Das würde ich machen, wenn ich kein Content Creator wäre. Chipsfirma leiten. Wenn ich keine Chipsfirma leiten würde. Boah. Zwei Wege realistisch. Produktionsfirma gründen und leiten. Also das ist die Welt, aus der ich komme. Ich würde Filme schneiden, hinter den Kulissen arbeiten. Und wenn man jetzt das auch weglässt, weil das irgendwie Teil des Werdegangs ist und war. Physik studieren. Physik? Ja, es gibt so ein Bild von mir, dass ich so mit 50 nochmal studieren gehe und dann so voll in die Physikwelt, weil das so mich mal und immer noch privat eine Zeit lang sehr interessiert hat. So alles im Quantenbereich, super spannend, lese ich gerne Bücher zu. Krass. Und das könnte ich mir so richtig vorstellen, wenn ich mit 50 irgendwie durch bin mit dem, wo das Gefühl habe, ich bin durch damit, nochmal so, nochmal studieren gehen. Ich hatte richtig Bock. Ehrlich? Ja, meine Frau orientiert sich jetzt auch um. Sie hat ihren doppelten Bachelor vor zehn Jahren gemacht. Und ich finde es cool, dass die sagt so, hey, ich habe Bock nochmal auf was Neues. Ach geil. Und ich gehe jetzt mit Anfang 30 einfach nochmal studieren. Ey, Shoutout. So, why not? So, es ist doch geil. Wir sollten doch alle das tun, was uns erfüllt. Und wenn mir danach sein sollte, Physik zu studieren mit 50, dann mache ich das. Ey, dann geht es los. Ja. Dann kommt der nochmal, der Kosmonaut. Ey, wer weiß. Dann geht es aber zum Wort. ChatGPT 2.0. Geil, 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 geil. Weißt du, wie lang dein kleiner Finger ist? Boah, nee. Aber ich habe lange Finger. Ich habe sehr lange Finger. Boah. Das könnte so Varion-Größe sein. Ich weiß nicht mehr, was er hatte. Kann, die haben... Ich habe jetzt kein... Ich habe wieder mein Lineal vergessen. Hm? Wieder das Maßband. Ich habe wieder das Maßband vergessen. Nächstes Mal nehme ich das Maßband mit. Okay. Oder du musst nochmal nachmessen und wir tragen es nach. Und dann kommt für die Cornerplay, das habe ich bei den letzten zwei Folgen vergessen. Ich weiß auch nicht, wieso. Da habe ich mein Notizbuch vielleicht auch nicht. Mein absoluter Lieblingssong. Und ich weiß, bei dir ist es ein bisschen speziell, weil du immer so viel Anime-Interesse hast. Ja, Anime ist voll mein Ding. Aber absoluter Lieblingssong. Es gibt zu viele. Sich für einen zu entscheiden, ist so ein endgültiges Statement. Und ich werde, und das sage ich jetzt auch, jedes Mal eine andere Antwort geben, wenn mich das jemand in Zukunft fragt. Bestimmt, das ist völlig in Ordnung. Ähm. Oh. Gehe ich auf die Anime-Schiene oder lasse ich sie raus? Scheiße. Boah, das sind zu viele. Ich kann mich nicht... Komm, ich gebe, weil das Thema Anime hier nicht drin vorkam und es Teil meines Ichs ist, lebe deinen Traum. Okay. Ey, es ist ein Classic. Es ist ein Classic. Da kann man überhaupt nichts sagen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann würde ich sagen, symbolisch klappen wir den ganzen Bums zu. Rob, wir sind fertig mit deiner Folge. Krass. Das war die Corner. Das war eine interessante Folge. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich fand es super. Einblick in die Welt des Einzelhandels und der Chips-Welt. Super. Dann so ein bisschen Background. Ja. Hat es dir gefallen? Bist du zufrieden? Ja, super entspannt. Ja? Ja, voll. Sehr gut. Schaut, bist du auch zufrieden? Ja. Das ist verrückt. Werde ich ihn irgendwann persönlich fragen. In einer zukünftigen Corner. Freunde, ihr könnt den ganzen Bums hören, schauen und gucken. Auf Spotify, Apple, YouTube könnt ihr es gucken. Auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Crispy Rob. Danke dir. Ganz viel Liebe, Brüli. Symbolische Händeschüttler. Das war sehr, sehr schön. Nächstes Mal kommst du zum Grillen. Boah, ich hätte wieder Bock. Ey, es ist Sommer. Wir müssen wieder eigentlich. Ja. Wir müssen wieder. Ja. Und dann bewertet gerne das Video. Schreibt einen Kommentar, wie ihr es fandet. Wen ihr euch vielleicht mal in Zukunft für die Corner wünscht. Vielleicht kann man da was machen. Den ein oder anderen Wunschgast erfüllen. Und bis dahin. Bleibt gesund. Lasst euch gut gehen. Nehmt die Weisheit mit, die euch der liebe Rob heute verteilt hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, liebe Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.